Hallo? Hallo? Ich bin da eben... Hey! Die Hände an die Warten zu fahren! Ich hab die gesuchte Person gefunden. Die Täterbeschreibung passt genau. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Hier bei uns sind sie keine Straftäter. Hier sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Hi, ich bin Sam. Wollen wir jetzt Freunde sein? Verpiss dich jetzt. Wir halten so eine Macht in den Händen. Ist krank. Die haben ihn betäubt. Dann findest du das normal? Ja! Die Sorgen dafür, dass man irgendwelche Dinge vergisst... ...fändst du mich noch? Soll ich die Fresse haben oder was? Ich bin nicht so wehr wie die anderen. Du glaubst, man kann Erinnerungen einfach so wieder zurückholen. Ich stehe nicht da. 74 75 Give me more 74 74 75 95 75 75 75 75 85 75 76 65 75 75 75 Das war's für heute.